Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Bioshock Infinite im Land des Mindfucks. Warum werdet ihr sicherlich dann auch noch sehen in den nächsten Folgen oder auch schon in dieser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier wieder jede Menge Pappköpfe. Und auch Leute, die diese Pappköpfe tragen, sehen wir da vorne. Und dieser Teil ist natürlich wieder nachsynchronisiert, also nicht wundern, wenn ihr zwei Stimmen hört. Jedenfalls ist da wieder diese komische, komische Wesen. Vertragen aber manchmal ganz schön viel. Oh, geht doch. So, wo sollen wir denn langen hier? Ich habe schon wieder vergessen, was wir eigentlich machen sollen hier. Ah ja, Elisabeth wiederfinden. Deine Nebenmission Elisabeth wiederfinden, kein Problem. So, das nehmen wir einfach mal mit hier, das müssen wir jetzt nicht ausrüsten. Und gucken wir hier nochmal. Ach, ein Voxofon. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Ja, das ist, äh, oder das sind die Worte, die, ja, erzählt wurden, wenn wir tot waren, oder, wenn diese Zwischensequenzen mal dabei waren. Ihr erinnert euch ja sicherlich. Oh, ein Filmchen. Einst versprach ein Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Leugnete, dass ich sein Fleisch bin. Folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Sie sind fertig. Ja, sieht so aus. Wir müssen jetzt hier hoch. Gehen aber erstmal in die Richtung. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Nettes. Achso, hier geht es wieder komplett raus. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Ist schon interessant, was hier so erzählt wird. Also, das... Hier scheinen dann doch noch viele, viele Jahre mehr vergangen zu sein. In dieser Dimension, wo wir gerade sind. Wo Elisabeth ja der Prophet ist, im Endeffekt. So, hier haben wir noch so ein Teil zum reingucken. Gucken, was wir diesmal sehen. Battleship Falls. Das sind ja diese Wasserfälle, die wir an diesem Strand gesehen haben. Aber ich glaube, hier wird auch nicht allzu viel erzählt. Ja, sehr informativ. Da ist nichts drin, alles klar. So, Sicherheitscenter. Ich ahne, dass wir gleich wieder Besuch kriegen. Gucken wir uns erstmal hier um. Meins, meins, meins. Das ist ja hier so das Einzige, was ich gerade nur mit Maus und Tastatur spiele. Die anderen Spiele spiele ich ja mit Gamepad. Deswegen ist es manchmal jetzt ein bisschen tricky hier. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott. Und immer mehr an Lutess. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war. Verzeihung? Gucken wir mal schnell gucken hier. Steigende Mordlust. Was haben wir denn zum Vergleich eigentlich? Nö, das können wir eigentlich mal lassen. Ja, was soll's. Ach, muss ich natürlich aufnehmen. So. Nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Komm ich denn hier nicht her? Oder mal. Wo läuft denn der wieder lang, ey? Oder war ich hier schon? Boah, ist das verwirrend, der Raum. Wir gehen einfach mal hoch. Gucken hier nochmal vorbei. Ach, hier, guck. Liegt noch ein bisschen was rum. Aber hier ist zumindest gerade nichts Interessantes. Aber da drüben habe ich irgendwas blinken sehen. Salz zum Beispiel. Können wir mal mitnehmen. Aber der Rest ist nicht so nützlich. Wo ist es denn hier? Ach, hier ist der Raum des Direktors. Da ist der Schalter. Und was ist da oben so verpixelt? Ich weiß gar nicht. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Okay, dann werde ich mal den Hebel hier betätigen. Und damit haben wir jetzt die Tür geöffnet. So sollte ich runter und zu Elisabeth kommen. Alter, habe ich mich jetzt verjagt. Übrigens auch in der Original-Fraktion. Also ich habe mich jetzt doppelt verjagt. Ich meine, wer hätte ahnen können, dass er jetzt plötzlich so einen hinter einem steht. Ist ja jetzt kein Horrorspiel oder sowas. So, lass mal hier die ganzen Bastarde beseitigen. Gibt er da unten? Ne, der ist hier. Stark. Nicht mit mir! Alter Falter. Vor allen Dingen in der Aufnahme war es ganz schlimm. Da habe ich mich echt verjagt. Und ja, hatte einen kleinen Herzkasper. Ja, das hatten wir schon. So. Gehen wir also wieder zurück. Natürlich wieder mit Gegenwehr. Oh, unsere Energie sieht nicht gut aus. Immer weiter schießen. Immer weiter schießen. Ja, dann such Deckung. Ja, dann such Deckung. Da ist ja aber keine Hoffnung. Denn wir haben ja gelernt in Bioshock. Hoffnung ist was Schlechtes. Oh, ist das schon gehört? Aber manchmal steht der Geist hier im Weg. Gibt der Geist nicht nach, muss man ihn jeder Version seiner selbst aussetzen. Na ja, was soll's. Wir gehen einfach mal weiter. Da unten wartet ja diese Tür auf uns, wo wir durch müssen. Für die müssen wir natürlich erst mal hier runter. Morgen kommt die Leine ab, denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? So, und hier geht's durch. Elizabeth, halt durch! Da ist auf jeden Fall wieder eine Statue von ihr. Sie da hinten. Was? Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Wenn, lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Boah, die zwei, ey, die machen mich echt verrückt. Jedes Mal. Setzen die noch einen drauf? Moment mal. Ist er das nicht? Ellie? Warum stehe ich so komisch? Elizabeth? Wie ist es? Bleiben die Irren das Irrenhaus? Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth. Ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Oh Gott. So weit vorne? Fuck. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer Beiderwohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Das hat sie uns also wieder zurückgeschickt. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Also wir haben jetzt quasi die Elisabeth aus der Zukunft kennengelernt. Und sollen jetzt der jungen Elisabeth diesen Zettel geben, damit die nicht zu der wird. Boah. Mein Fuck. Ich sag ja Mein Fuck. Welt pur hier. Und ich denke mal, das müssen wir erstmal alles verarbeiten, Freunde. Also ich jedenfalls. Und würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Und ich denke mal, da finden wir dann auch Elisabeth wieder. Ich hoffe es mal. Und was ich auch hoffe ist, dass ihr wieder dabei seid. Also dann, ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.